Wir wollen uns jetzt in der Praxis ein bisschen genauer anschauen, was Methoden sind, wie wir sie schreiben. Wir haben hier unsere Main-Methode vor uns und wir befinden uns in der Klasse Programm. Und in dieser Klasse Programm schreiben wir jetzt eine neue Methode. Da beginnen wir mit der Zugriffsebene. Da können wir uns entscheiden für Public oder Private. Solange wir uns aber innerhalb der Klasse Programm aufhalten, ist es kein Unterschied, ob wir Private oder Public verwenden. Public würde diese Methode einfach von außen auch zugänglich machen. Also könnten wir auch aus anderen Klassen auf diese Methode zugreifen. Als nächstes verwenden wir das Schlüsselwort Static. Static ist ein bisschen schwierig zu erklären, ohne dabei genauer auf die Objektorientiertheit einzugehen. Es sorgt einfach dafür, dass nur eine einzigste Instanz dieser Methode vorhanden ist. Und jede Methode, die Static ist, kann nur auf Methoden zugreifen, die auch Static sind. Von daher, um hier aus der Main-Methode, dem Einstiegspunkt für unser Programm, auf diese Methode zugreifen zu können, muss diese auch Static sein. Wir könnten uns andererseits auch erst ein Objekt erstellen, der Klasse. Dann müsste sie nicht Static sein, aber darauf werden wir erst später genauer eingehen können, wenn wir auch eben Klassen behandelt haben. Also neben diesem Static brauchen wir jetzt dann einen Rückgabewert, zum Beispiel eine Integerzahl. Dann nehmen wir den Datentyp Integer. Dann kommt die Funktionsbezeichnung und die immer mit einem Großbuchstaben am besten beginnen. Und wir sagen jetzt halt mal halbieren. Halbiere Zahl. Und dann kommen runde Klammern für den Parameter und geschweifte Klammern für den Funktionscode. Und als Parameter übergeben wir hier eben auch eine Integerzahl. Und jetzt beschwert sich der Compiler, weil jetzt erwartet er, dass hier was zurückgegeben wird, nämlich eine Integerzahl. Dafür verwenden wir das Return-Schlüsselwort. Und wir haben jetzt aber noch keine Zahl. Also könnten wir ihm einfach auch erst mal die 0 zurückgeben, damit der Compiler sich einfach nicht beschwert. Jetzt würden wir gerne die Zahl, die wir hier übergeben, halbieren. Dann können wir sagen, Integer i ist gleich Zahl geteilt durch 2. Und dann geben wir halt dieses i zurück. Und an der Stelle testen wir das einmal. Wir erstellen uns hier auch eine Zahl. Integer Zahl. Sagen, das ist 8. Dann wollen wir, dass in dieser Zahl die Hälfte, zurückgegeben durch unsere Methode, gespeichert wird. Und dann geben wir diese Zahl noch an der Konsole aus. Wir führen das Ganze aus. Und wir kriegen 4. Und das müssen hier nicht die gleichen Bezeichnungen sein. Ich drücke jetzt zweimal die R-Steuerung und zweimal R, um eben diese Variable kurz umzubenennen. Dann nenne ich die eben Num. Und wie gesagt, entscheidend ist nur der Datentyp. Und wir könnten hier auch das hier einfach ein bisschen kürzer schreiben, indem wir sagen, wir wollen, dass in der Integer die Hälfte von 10 gespeichert wird. Und dann soll diese Zahl nur noch ausgegeben werden. Häufig sieht man dann auch sowas wie, dass man das Return in einer Zeile macht. Also, dass man diesen Ausdruck direkt ins Return schreibt. Und dann braucht man aber hier halt keine Variable mehr deklarieren, sondern macht nur noch die Rechnung. Und das ist genau derselbe Code vom Ablauf her. Ist nur ein bisschen anders zu geschrieben und schwieriger zu lesen, wenn diese Anweisungen hier ein bisschen aufwendiger werden. Dann ist es ganz gut, wenn man die Blickweise hat, dass das eben nur sowas ist. Und wie gesagt, wir können momentan mit der Zugriffsebene noch herumspielen. Wir können sie auch einfach weglassen. In dem Fall wird da einfach immer Private eingesetzt. Also, der Code funktioniert hier immer noch, auch wenn keine Zugriffsebene steht. Jetzt könnte man sich fragen, warum braucht die Main-Methode, warum ist die Private? Das ist doch der Startpunkt, da geht es doch los. Ja, aber das kann man sich so vorstellen, als ob da einfach ein Figürchen fallen gelassen wird. Und das läuft in der Main-Methode einfach los in der ersten Zeile. Das ist ganz egal, welche Zugriffsebene die hat. Die Main-Methode, das ist der Startpunkt für das Programm. Und da wird nicht zugegriffen von einem Programm, sondern das ist der Startpunkt. Deswegen spielt da die Zugriffsebene keine Rolle.